Wie überhitzte Tiroler Lokalpatrioten Und dann 1 zu 0 für Rapid Grausam, sagen die Schwecherter Und grausam heißt auch der Torschütze Nach der Pause haben die Hütteltorfer Glück Hier rettet Höltl auf der Linie Rapid-Torhüter Weresch verletzt Eizer zu Kozlicek und Tor durch linksaußen Bayer Hier ist der Schuss, 1 zu 1 steht die Partie Eckball für Rapid Hanapi, Hanapi im Dribbling Hinaus für Reneld Und Reneld schießt daneben Ist das eine Vereinsbrille, mein Herr? Noch einmal, Reneld, eine Chance Ein Schuss, grausam drückt ein Aber die Rapidler freuen sich zu früh Abseits Immer wieder schwächert Torhüter Palaneck Im bravourösen Einsatz Es ist nichts passiert, meine Herren Aufstehen Schließlich endet das Match Mit einer gerechten Punkteteilung 1 zu 1